Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben eine heute wunderbare Siegelfeier und ich habe die wundervolle Aufgabe hier, die größte ganz klar, die in unserem Arbeitgeber-Siegel bundesweit vertreten ist, Rödel und Partner zu begrüßen. Auch einen Kollegen aus dem Partnerkreis von Rödel und Partner, freue mich, dass Sie den Weg hier nach Nürnberg gefunden haben, aber so weit hatten Sie es ja auch nicht, ehrlicherweise muss man sagen, für die mit den Räumlichkeiten nicht so vertraut sind. Aber es wäre schön, wenn Sie sich ganz kurz dem Publikum mal vorstellen würden. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist für uns eine große Auszeichnung. Mein Name ist Felix Madea. Ich bin geschäftsführender Partner, CFO von Rödel und Partner und in meiner Funktion zuständig für Finanzen, Steuern, IT, Personal und auch Recht. Und wir sind jetzt zum dritten Mal dabei, haben uns bewusst auch für das Arbeitgeber-Siegel beworben und es ist für uns eine ganz große Ehre, dass wir hier ausgezeichnet wurden. Bedeutet, wir sind ganz klar auf dem richtigen Weg. Ja, das ist für uns eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, weil wir natürlich so zum einen in meiner Funktion ja auch im Vorstand der Steuerberaterkammer Nürnberg sind. Also das Berufsrecht bzw. die berufspolitischen Entwicklungen sind für uns auch sehr, sehr wichtig. Das zeigt aber auch schon, dass das Thema Steuerberatung für uns sehr wichtig ist. Das ist auch eines der größten Geschäftsfelder bei uns im Haus. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Von daher wollen wir da auch hier an der Stelle junge Talente anziehen und deswegen ist diese Auszeichnung insbesondere natürlich im Geschäftsfeld Steuerberaterung für uns immens wichtig, weil es einfach ein Qualitätsmerkmal ist. Der LSWB ist ein sehr großer Verband und diese Umfrage, die sowohl extern als auch intern durchgeführt wurde, zeigt letztendlich, dass wir hier die Möglichkeit haben und hatten, uns da zu bewerben und auch eine gute Auszeichnung zu erlangen. Also der Erkenntnisgewinn war, dass wir insbesondere bei dem Thema Digitalisierung, Automatisierung ja ganz wichtige Punkte. Sie hatten es auch, ich sag mal, zumindest angerissen auch in Ihrem Vortrag. Wir alle sprechen ja von Fachkräftemangel und ein Weg raus, er wird es nicht ganz ersetzen können, ist das Thema Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, aber auch den Bereich CSR. Da waren wir weit vorne und, und das erfreut uns natürlich sehr, dass wir insbesondere im Bereich auch unserer Führungsmannschaft sehr gut abgeschnitten haben, hier als, ich sag mal, gute Vorgesetzte wahrgenommen wurden, hybride Modelle zulassen, moderne Arbeitswelten zulassen und von daher war das sehr, sehr erfreulich für uns. Wir haben einen Berufsstand, das ist ein krisensicherer Job. Die gute Botschaft ist ja auch, trotz KI, dass wir gebraucht werden, dass wir nicht ersetzt werden, dass wir nicht einen Chatbot demnächst sehen. Von daher möchte ich an alle appellieren an der Stelle, dass wir mutig vorangehen und es letztendlich auch, ich sag mal, ein bisschen hip darstellen in unserem Berufsstand, weil er kann was, ja, und er ist sehr bedeutungsvoll. Letztendlich kann man den jungen Leuten nur animieren, hier insbesondere mitzumachen. Es ist ja auch letztendlich ein sehr stark digitalisierungsgeprägter Berufsstand. Also von daher sind wir eigentlich absolut im Trend. Vielen Dank auch nochmal für den deutlichen Appell zum Schluss. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen. Vielen Dank.